Wir haben keinen richtigen Urwald mehr. Was wir haben, ist genau wie alles andere, ist eine Kulturlandschaft. Ursprünglich, also ohne Zutun des Menschen, würden hier bei uns reine Buchenwälder vorkommen. Nun ist der Wald aber irgendwie immer genutzt worden, die Leute haben halt vom Wald auch gelebt. Hier bei uns in der Region ist Eisenerz abgebaut worden. Das auch direkt an Ort und Stelle auch dann schon verhüttet worden ist. Als Energieträger hat man halt Holz gehabt, beziehungsweise Holzkohle. Heute aufmerksam durch den Wald, durch die Buchenwälder hier im Zweifallertal und auch in den Nachbarbereichen geht, wird immer wieder gerade in Hanglagen so leicht angedeutete Platten erkennen, die ausgearbeitet worden sind. Auf diesen Platten haben die Holzmeiler gestanden. Früher war es eben halt der einzige Rohstoff, der für die Energiegewinnung zur Verfügung stand im 18. Jahrhundert. Das Dorf Zweifall wird auch oft als Walddorf bezeichnet, weil Zweifall dieser Ort ständig eigentlich mit dem Wald verbunden war. Im 19. Jahrhundert war es so, dass in Zweifall bis zu zehn kleinere, mittelgroße Sägewerke existent waren, die von dem Produkt Holz gelebt haben. Es hat eine Verpflichtung gegeben, eigentlich den Wald auch wieder aufzuforsten, aber es hat kein Mensch sich dran gehalten. Man hat den einfach nur genutzt. Und als das Ganze hier, die Eifel, so um 1820 unter preußischer Verwaltung kam, hat man da gesagt, der Wald, das muss eigentlich wieder Wald werden und nicht, was man da teilweise vorgefunden hat, irgendwelche Heideflächen. Nur für die Buche hat es dann einfach die Nährstoffansprüche, die haben nicht mehr gereicht. Und dann hat man als ersten Plan gehabt, wir bringen erstmal die Fichte hin, um diesen ganzen Nährstoffkreislauf wieder in Gang zu setzen. Da kommt die Bezeichnung auch dann her für die Fichte halt der Preußenbaum, der ist halt mit den Preußen hier hingekommen. Dann kam aber der Erste Weltkrieg, da waren die ersten Fichtengenerationen, die waren mal gerade 100 Jahre alt. Die wurden genutzt als Reparationshiebe dann, als Ausgleich. Dann hatten wir den Zweiten Weltkrieg, der ganze Hürtgenwald, ein halbes Jahr, wo hier der Krieg tobte, der Wald war weg. Das war kurz und klein geschossen. Fichtensaatgut stand da zur Verfügung. Und deswegen ist danach alles hier auch mit Fichte aufgeforstet worden. Das sind diese ganzen Nachkriegsaufforstungen, die wir haben, die jetzt so um die 60 Jahre alt sind. Es wird vom Klimawandel geredet. Der wird auch stattfinden, aber in welcher Form? Das sind alles im Moment Modellrechnungen. Man kann versuchen, das ungefähr abzuschätzen, aber feststeht, die Fichte wird Probleme kriegen. Und dann denke ich, ist es dann schon richtig, wenn man hingeht, das Risiko einfach streut, möglichst viele Baumarten haben, ungleichaltrigen, mehrschichtigen Mischwald. So mit dem einen Satz, da steckt alles drin. Der Wildverbiss findet meistens an den Baumarten statt, die am seltensten vorkommen. Fichte kommt hier sehr häufig vor, gut, Buche auch. Die werden relativ wenig verbissen, aber die ganzen Mischbaumarten halt extrem. Was wir jetzt machen, ist, die Weißtanne hier mit so kleinen Verbissschutzkappen zu schützen, weil die sehr gerne verbissen wird vom Wild. Und das kann man hier sehr schön sehen. Die sieht dann im Endeffekt so aus. Die Weißtanne ist hier, wenn man sich den Stamm anguckt, irgendwo zwischen 5 und 10 Jahren alt. Und die ist nicht höher wie die hier, die jetzt mal knapp 4 Jahre ist. Das ist ein Grund, warum wir auch entsprechend jagen, damit wir gerade unsere ganzen Mischbaumarten hier durchbekommen. Da wir Wild nicht zählen können im Wald, haben wir Weißergatter gebaut. Einmal ein Weißergatter und daneben haben wir eine Nullfläche. Und die werden dann regelmäßig aufgenommen mit den Baumarten. Und daran können wir dann sehen, wie hoch der Verbiss ist auf der ungeschützten Fläche im Vergleich zu der Fläche, die geschützt ist, wo das Wild nicht drankommt. Und dann sagen, ob wir mit der Bejagung, die wir durchführen, richtig liegen oder ob wir unter Umständen den Abschuss noch erhöhen müssen. Ja, meine eigene Philosophie ist die, dass man selbst in Wirtschaftswäldern für die ökologische Seite einiges Positive tun kann. Und dass man Ökologie und Wirtschaften nicht unbedingt trennen muss. In der Naturwahlzelle wollen wir natürlich auch nachvollziehen, wie der Weg wäre, wenn der Mensch eben nicht eingreift und sich ein Wald von Natur aus wieder entwickelt. Und das ist eben halt jetzt so eine Zusammensetzung, wie wir das in der kompletten Eifel haben würden, mit Buche und Eiche. Und hier, das ist eine Naturwahlzelle, die auch wissenschaftlichen Grundsätzen dient. Deshalb auch die Nummerierungen an den Bäumen. Die fortlaufende Nummerierung ist in einer Datei hinterlegt. Und da, wo der Punkt markiert ist, wird auch jeder Baum in bestimmten Abständen vom Umfang her gemessen, um zu sehen, wie sich die Entwicklung der Bäume auch darstellt. Wir haben 1995 angefangen, mal in den Talbereichen die ersten Fichten wegzunehmen. Und dann haben wir das Ganze einfach sich selber überlassen. Und es haben sich dann Birken und Erden da eingefunden. Die Flächen sind heute mittlerweile komplett zugewachsen. Und das ist jetzt gut zehn Jahre her. Dann war plötzlich ein Biber da. Hätten wir diese Talentfichtungen nicht gemacht, wäre mit Sicherheit der Biber jetzt zum Beispiel nicht da. Und in dessen Folge kommen natürlich dann Feuchtgebiete zum Tragen, die entstehen. Es kommen Amphibien, die sich da entsprechend dann auch wieder vermehren. Und das wiederum ist die Futtergrundlage für ganz seltene Vogelarten, wie beispielsweise den Schwarzstorch, der jetzt auch immer mal wieder in den letzten Jahren bei uns sich gezeigt hat und auch regelmäßig wiederkommt. Der Staatswald des Landes Nordrhein-Westfalen oder der landeseigene Betrieb, wie er auch heutzutage genannt wird, ist forstrechtlich verpflichtet, mehreren Funktionen dann auch zu dienen. Und zwar hauptsächlich der Funktion der Rohstofferzeugung, aber gleichzeitig auch, und das fast gleichgewichtig, der Erholungsfunktion und auch den übrigen Schutzfunktionen. Der Wald hat eine große Emissionsschutzfunktion. Ganz, ganz besonders wichtig, und ich glaube, das wird in näherer Zukunft noch bedeutender werden, ist die Funktion für das Grundwasser. Unser Trinkwasser, das sind unsere Trinkwasserquellen, die liegen vielfach eben halt unter dem Wald. Also die Ansprüche, die an den Wald gestellt werden, die sind halt schon vielfältig. Gut drei Viertel der Fläche sind Naturschutzgebiet. Das mit dem Hintergrund, hier die Buchenwälder, die vorhanden sind, einfach noch zu erhalten. Und gleichzeitig dann halt auch auf der anderen Seite die Bewirtschaftung. Es sind rund 13.000 Kubikmeter Holz, die hier jedes Jahr geerntet werden. Das ist etwas weniger als jedes Jahr Zuwächs. Das heißt also, wir gehen da nicht ans Limit. Wenn ich das nur nutze, was nachwächst, wird der Wald unterm Strich nicht weniger. Und ich denke manchmal, wenn gerade so die Schutzfunktionen sehr, sehr hoch gehängt werden, es ist mit Sicherheit wichtig. Aber was viele einfach unterschätzen, ist einfach dieser wirtschaftliche Faktor, der da ist. Was die wenigsten wissen, ist, neben der Automobilindustrie ist das mit einer der größten Wirtschaftszweige, die da sind. Und dann darf man einfach nicht nur sehen, die Leute, die hier im Wald arbeiten, sprich die Forstwirte oder der Förster, sondern das geht ja nachher weiter über die Druckindustrie, Holztransport und Sägewerke und, und, und. Und wenn man das alles sieht, ist man hier in der Bundesrepublik mit weit über einer Million Arbeitsplätze dabei. Und das ist dann schon ein Wirtschaftsfaktor, den man nicht einfach so wegfallen lassen kann. Ein weiterer Punkt ist, jeder von uns verbraucht im Jahr ungefähr anderthalb Kubikmeter Holz. Und ein Kollege von mir hat das mal etwas krass gesagt, ohne den Wald können wir uns morgens nicht mal den Hintern abwischen. Und da hat er irgendwo recht. Das Holz, was hier im Staatswald eingeschlagen wird, ist in einer Größenordnung von ca. 60.000 bis 70.000 Kubikmeter im Jahr zu sehen. Und das sind so drei Viertel des Holzes sind das Nadelhölzer und der Rest, das sind Laufhölzer. Und gerade die Nadelhölzer sind auch hier regional von Bedeutung, weil es hier Sägewerke gibt, die diese Hölzer als Langhölzer nutzen. Wir haben Gott sei Dank einen Abnehmermarkt, der relativ, ja lokal ist, ist untertrieben, aber regional ist und den wir auch versuchen zu bedienen. Denn das ist auch ein Verständnis, dass wir hier im Betrieb haben, möglichst eben den Weg, den kurzen Weg des Holzes dann auch zu finden zum Abnehmer. Eigentlich beginnen die Arbeiten schon ein Jahr im Voraus. Damit ist sowas ähnliches wie ein grobes Raster, wie so ein Fahrplan da, wo wir dann wissen, welche Bestände werden auch jetzt, wo wird gehauen, wo wird unter Beständen gepflanzt. Oder es wird auch Jugendbestandspflege gemacht. Der Boden ist das einzige Kapital, was wir ja letztlich haben, mit dem wir produzieren können. Das heißt, wenn wir uns den Boden kaputt machen, kommen wir wirtschaftlich auch nicht weiter. Deswegen gehen wir hin, markieren eine Gasse, die werden mit einem Doppelring markiert, einfach einmal damit der Fahrer weiß, wo er fahren darf. Abseits der Gassen darf nicht gefahren werden. Das zweite ist, für die Leute, die die Holzernte übernehmen, die sehen auch, da drüben ist die Gasse, in die Richtung muss der Baum gefällt werden. Und alle, die entfernt werden, die werden mit einem Schrägstrich markiert. Ich denke, das ist unsere Aufgabe, halt das, was uns hinterlassen worden ist, das vielleicht dann mal umzugestalten. Das war halt Mischbestände hinkommen und keine reinen Fichtenbestände mehr. Hier wird Geld verdient. Aber auf der anderen Seite wird dieses Geld ja auch wieder investiert in den Betrieb. Und dann im Endeffekt ja für uns alle. Das ist ein Wald, der gehört uns allen. Das ist ein Wald, das ist ein Wald, das ist ein Wald. Das ist ein Wald, das ist ein Wald. Das ist ein Wald, das ist ein Wald.